Was ist bei dir nochmal eine harte Probe? Besiege die 56 Trakan-Elite-Soldaten. Fünf Stück. Oh, er steht auf! Wo ist der Eingang? Hä? Was hat denn irgendwas gemacht? Hä? Der ist weg? Hä? Was hat der gemacht? Der hat irgendwas gemacht, der ist jetzt weg. Okay. Ich raff das einfach, ne? Ja, wenn du willst, kann man gleich die goldene Quest zusammen machen. Ich will nur noch einmal was gucken und dann gebe ich das hier auch erstmal auf. Hier sind halt auch Ruin, aber kein Eingang. Ja, gut. Ähm. Diese Trakan-Dinger sind dort. Wo kann man sich hin tippen? Du bist ja komplett dort, da. Okay. Muss ich erstmal alleine herausfinden. Also, jetzt müssen wir diese 39 Trakan-Elite-Soldaten. Das wird lustig werden. Ich bin auch gerade schon auf dem Weg hin. Ja. Ach ja. Nee, dann mache ich das dann später. Ah, da lang. Äh. Tyrox? Hm? Komm mal bitte her. Äh. Ja. Ich glaube, ich weiß, wo der Höhleneingang ist. Wo denn? Wo denn? Wo bist du denn? Du kannst... Na, hier hinten bei der verscholtenen alten Maraja raus. Hier kannst du doch runterspringen. Ja. Ich mach das jetzt einfach mal. Warte. Äh. Äh. Ja, wo bist du denn? Jetzt bin ich zurücktippelt worden. An den Obelisken. Boah. Hä? Dort konnte man doch runterspringen? Jetzt mal ganz ehrlich, wo sind die? Die sind am Arsch der Welt. Ich zeig's dir gleich. Ich muss nur nebenbei eine runde raggen. Oh lol, die sind ja da. Ja. Die sind ja wirklich am Arsch der Welt. Hm. Das ist ja richtig nervig. Äh, wo bist denn du jetzt hingegangen? Ich lauf da jetzt hin. Ja, weil du nicht mal auf der Karte zu sehen bist bei mir. Warum? Du warst grad eben noch zu sehen, jetzt bist du weg. Ich war weg. Ach da. Ja gut, ich muss jetzt den Weg hier nehmen. Und ich bin langsam für 40 Sekunden. Ach man. Es macht so langsam keinen Spaß mehr. Erhöhte P und Mar kritisch Kräfer 1. Ja, komm jetzt. Das Vieh hier ist mit mir scheißegal. Du bist bestimmt schneller da als ich. Ich hab halt immer noch die Angriffsmusik im Ohr. Ich hab mich halt gerade versucht, so ein Vieh anzugreifen. Äh, hier liegen auf den Toten rum. Zumindest eine Handvoll. Zumindest eine Handvoll. Riesenkluft. Ach, da oben bist du. So, jetzt seh ich dich gerade. Ich bin genau unter dir, parallel unter dir auf dem Weg. Ach, hier sind ja die 56er Mobs, hier könnte man gut leveln. Ach man, lass mich doch in Ruhe, du Arsch. Ich halte ganz schön was aus, die Dudes. Ich seh Ragnar rück. Tyrox, das Vieh hat einen roten Arm und ist 10, 20 mal so groß wie wir. Ja. Hast du den auch schon mal gesehen? Äh. Ist auch besser so. Ist auch besser so. Du müsstest mir gleich helfen, ich bringe Gesellschaft mit. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Ne, nicht den Ragnar rück, den bringe ich nicht mit. Na gut. Das sind ein paar andere Mobs. Die haben abgelassen. Komm mal zu mir her, ich bin ja jetzt direkt bei dir. Nein. Hier ist nix. Nein. Ich will dir nur den Ragnarok zeigen. Nein. Kannst du doch gleich noch. Guck doch mal zu deiner Seite, der kommt grad auf dich zu. Nee. Oder nicht. Nein, der kommt grad nicht auf mich zu. Der läuft grad an dir vorbei. Hä? Wo bist denn du jetzt schon wieder hin? Hä? 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 Wieso bist du dort? Du standst doch grad noch neben mir. Nee. Doch. Ich bin schon seit, weiß ich nicht, fünf Minuten hier. Nee, du standst, also dein Punkt war grad noch neben mir. Hä? 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 Kann doch nicht sein. Ich bin nämlich grad, äh. Ey, dein, dein. Ja. Wo du jetzt bist, da war ich vor fünf Minuten oder so. Du warst vorhin daneben mir. Deswegen hab ich ja gesagt, du sollst mal zur Seite gucken. Dass der Dude zu dir kommt. Das sieht man ja auch in der Aufnahme. Ja. Ja, Alk, moin, was geht? Hast du die jetzt schon bekämpft? Also, jetzt weiß ich. Sind die stark? Nö. Warte mal, Elite-Soldat, warum sind hier Sonderpriester? Müssen wir auch. Sieht ja alles, wie viele Soldaten. Okay. Steht ja, äh, trotzdem drüber. Ey, äh, äh. Eigentlich, warum machen wir nur die Zweifel? Weil das, weil das schneller geht, aber wir trotzdem kriegen die, äh, Dinger. Ja, ja. Wie, wie, wie mach ich das? Zweifelchen oder so weiter? So, Alk, du überrimst den letzten. Das ist ja fein, Alter. Ja, fein. 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 Fein, Alter. Fein, Alter. Fein, Alter. so ich brauche noch ich nehme besonders über das leichter das ist das falsche ziel ja gut das Ostror ist genau hier vor uns ja ich weiß ich habe gerade nach der Aufnahmezeit geguckt ja wo bist du ok wenn du willst können wir hier erstmal aufhören weil hier gibt es ja nicht zu kämpfen da können wir ausmachen in Ruhe naja ich auch klar aber ich habe noch nicht gequatscht mit dem der den goldenen Pfeil hat das kann man dann beim nächsten mal machen wenn du Bock hast oder willst du noch weiterspielen na ist mir egal naja das können wir hier ausmachen und das dann beim nächsten mal machen ja gut naja 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 naja